Guten Morgen, gerade wieder etwas gelesen im Internet, du glaubst wirklich, es gibt immer, immer, immer mehr bekloppte Leute. Ich kann mich erinnern, wo ich früher gewohnt habe im Dorf, der Nachbar hat immer fallend für Maure aufgestellt. Die haben hier, ich, also mein Bruder und ich, sind immer nachts deaktiviert und haben ab und zu mal Probleme bekommen mit dem lieben, tollen, ironisch gemeinten Nachbarn, aber das war vor 40 Jahren, genau, ich finde, vielen von mir vor 40 Jahren, genau, aber auch heute, das ist ganz aktuell, 18. November, Winterberg, Stuttgart, Tierquälerei auf Winterberge Grundstück, Propangas gegen Maure eingesetzt, das ist eine richtige Vergasung, Peter erstattet Strafanzeige gegen verantwortliche, tolle Peter. So, im Oktober war das schon ein Meldung zu einem Gartengrundstück in Winterberg, auf dem Foto ist zu sehen, dass dort offenbar Maure von mittels Proband Gasflaschen getötet werden, also Wahnsinn. Wir haben einen guten Bekannten, da ist der liebe Markus von Eifelbursche, hier ein kleines Video, hier baut er gerade bei zwei Wochen, baut er für Igel, die Überwindungsmöglichkeiten, den Kanal gerne mal abonnieren, ein toller Kerl. Und da habe ich bei ihm geholfen, und da habe ich noch zu ihm gesagt, boah, Markus, das ist nur ein riesen Maurevögel hier, weil er wahrscheinlich einen guten Boden da hat, oder siehst du richtig, die Maurevögel gehen in eine Richtung, siehst du richtig, wo der kleine Mann her, gebuddelt wird. Und warum? Das sind mit die schönsten Tiere, die es gibt, also wie kann man solche Tiere töten? Ich verstehe das nicht, also keine Ahnung. Schreibe es mal in den Kommentaren, wenn ihr anseht, aber Maurevögel sind klasse, genau wie Igel. So, die Tierrechtsorganisation hat am 19. Oktober bei der Staatsanwaltschaft Ahrensberg Strafanzeige gegen die Verantwortlichen, wegen des Verdachtsverstößen gegen das Strafgesetzbuch, Tierschutzgesetz und das Bundesnaturschutzgesetz erstattet. Klasse. Zudem tat die Behörde mit, dass die Polizei die Propangasflaschen im Hintergarten bestätigen konnte. Die Organisation fordert strenge Strafen für die Verantwortlichen. Genau, hier ist es ja. Es ist erschreckend, wirklich erschreckend zu welchen. Da müssen die kleinen, kleinen, süßen Tiere Qualenjagd haben. Also, zumal schon grausam mit Toten gegriffen wird, weil Maurevögel beim Graben Hügel im Garten hinterlassen. Genau, die machen wir platt. Also jetzt die Hügel, dann hat man eine tolle Erde und dann kann man froh sein, dass die Maurevögel da rumlaufen. Die Maurevögel, Baumgänge und in den Gängen fließt das Wasser und das ist gut für den Garten. Ich meine, das wird so doof, das kapieren wir. Ein bisschen an dem einen im 18. Jahrhundert, oder Gott weiß wo. Die durchlüften den Boden, befräussten den Boden und so weiter und so weiter. Also, die Tiere mittels Gas zu töten, bedeutet sie in Qual von Tod und ist zu dem Tierschutzwidrig überhaupt zu töten. Genau, die Bundesnaturschutz, das Bundesnaturschutzgesetz, untersagt es, wirkt, liebe Tiere geschützten Art nachzustellen, sie zu verletzen und zu töten. Ja, Jäger, drei Werken und solche Zusagen. Ein Verstoß gegen es jetzt kann ein Bußkürtverfahren lassen sich ziehen. Genau, faszinierende. Also, was kann man sich noch nicht vorstellen? Ein Bild von einem Garten, klar, alles toll und der Garten war und Gartenzaug, toller Mensch und hatte ein paar Hügel. Das wäre, in zwei Minuten hätte die Hügel einfach verteilt, hätte super Boden für seinen Garten gehabt. Nein, pervers töten. Also, ich verstehe die Menschen nicht. Also, wie gesagt, Peter, gut den Fall aufgeklärt zu haben. Auch die Build hatte genau einen Beitrag gemacht. Ich war nicht immer, ich bin nicht immer ein Peter-Freund, aber ich denke mal, genau für solche Sachen ist es ein guter Verein. Peter, danke schön. Vielleicht kann auch jemand daran spenden. Ich möchte mal gucken, wie wir es machen. Auf jeden Fall, danke Peter, für diese Aufdeckung des Falles, dass dieser, ja, tolle Mensch zur Rechenschaft gezogen wird. Genau. Steht in diesen Kammern, ruhen sie, lagern ihre Nahrung und ziehen ihre Jungen auf. Die Engrabtätigkeit, lockern sie den Boden auf. Genauso ist es. Die Tunnel wirken dabei, wie eine Drainage. Das heißt, verterren die Feuchtigkeit das Wasser. Und helfen wir wuchzen, so bei der Nahrung. Von einem wirklichen Dorf, in der Heute in 2024, tötet diese Tiere noch. Ne, hab's echt nicht mal. Meine Meinung, wir sehen Ihnen das. Ciao. Ciao.